Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Fernsehstar Elmar Wepper ist tot. Er wurde 79 Jahre alt. Bekannt wurde der Schauspieler u.a. als Kriminalhauptmeister in der Serie der Kommissar. Erfolge feierte er außerdem als Hauptdarsteller im Kinofilm Kirschblüten Hanami. Elmar Wepper ist der jüngere Bruder des TV-Darstellers Fritz Wepper.